Was Besonderes über den erweiterten risikobasierten Ansatz sind nunmehr durch die Banken in Bezug auf jeden einzelnen Geschäftsvorfall und in Bezug auf einen erweiterten Kreis von potenziell zu betrachtenden Identitäten Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass jeder einzelne Geschäftsvorfall auch gegebenenfalls betrachtet werden kann und auch erkennbar wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017